hallo noch mal liebe youtuber anime fans da draußen ja eben habe ich das zweite die zweite box von leech ausgepackt und das zweite von trash x und jetzt packe ich das zweite volumen von tora dora aus ich weiß nicht wie ich die videos hochlade deswegen naja ihr seht wie sie kommen und ja ich freue mich auf dieses animierchen ja animierchen schon sehr das erste volumen hat mir sehr gut gefallen falls ihr euch ein bild von tora dora machen wollt auf dem kanal von ninotaku könnt ihr die erste episode sehen in deutsch und das ganze kommt von animo und gibt es auf dvd und blu ray und wenn das einer von dem publisher sehen sollte haltet das level mit euren extras und so und ihr werdet eine gute an die zukunft haben also zumindest mich als kunden wieder ein sehr schönes debug mit poster und zwei magnet buttons steht da so sieht das schöne stück aus und das gucken uns jetzt mal an und das entfernen wir dann mal dann kann man das hier schön entfernen sehr schritt gelöst so sieht das ganze aus bildformat ist 16 zu 901,78,1 tonformat doppel digital auf deutsch 2.0 und japanisch auch doppel digital 2.0 untertitel deutsch noch zweit 150 minuten bonus haben wir hier tora dora sos ova 2 textless opening ending und synchron clips und die episoden 6,7,8,9 und 10 dann haben wir hier das debug sieht sehr schön aus wieder erinnert mich an planet wie gesagt schon bei volumen 1 aber es hat mir auch bei planet immer sehr gut gefallen finde ich sehr schön dann haben wir hier werbung für volumen 3 hier oben sind die buttons die werde ich jetzt aber mal drin lassen dann haben wir noch ein inlay bild so legen wir das mal rüber ja wie gesagt die werbung ab 25 august gelogen drei dann haben wir noch mit episoden und das poster zweiseitig also einmal dieses zeigt sich einmal so und dann einmal ein bisschen sexier der raubkatze so das war mein unboxing zu tora dora volumen 2 ich hoffe es hat euch gefallen auch hier würde ich mich sehr über kommentar und erwertungen freuen wir sehen uns im nächsten video bis bald euer gabatrons tschüss